Hallo und jetzt Willkommen zur ersten Folge mit Mango Waro. Unsere Taktik ist einfach auf Kills, da es schon so viele Reelestarts gibt. Das ist dieses Waro vielleicht auch wieder Reelestart. Ich habe meinen Block nicht bekommen, cool. Schon wieder nicht. Jetzt habe ich auf einmal zwei. Ich habe ja keine Fuß. Ja, ich habe meine Block einfach nicht bekommen. Ich bin voll weit hinter dir. Ich war unten ab. Ich brauche schon mal oben für mich ab. Äh, Schocko. Sitze, Teilchen. Ich habe mal einen Comfut. Ja, hä? Ich habe gedroppt meine Fuß. Also vom Start. Ja, aber ich habe gebraucht. Ja, wo sind die denn? Ja, wir wollen nicht essen, bevor wir irgendwas töten müssen. Ja, hier. Was ist das denn? Ja, ich habe jetzt zwei gebraucht. Ich habe jetzt noch die Koffe gemacht. Dafür ist es schon scharf. Nein, sprich. Als er kaut hat, ist es immer bereits. Alter, nach einer Stunde habe ich es geschaffen. Also, es tut mir leid, aber... Ich glaube, wir sind beide jetzt mit ein bisschen mehr da auf dem Atmen. Ja. Da, die Koffe. Wo? Wo? Wo bist du? Warte. Jo. Geh weg. Du kannst beide klatschen. Alles Wunder. Hab beide. Nice. Nice. Zwei Kills. Moin. Oh, ich wollte gerade P drücken für Müllos, aber ist ja kein Navy Mod. Wir hören uns an Müllos. Nice. Ich bin mehr nach rechts gelaufen. Wie viel bist du? Ah, der fasst voll. Wieder. Ich habe den mega gut gegeben. Aber dann hätte ich es trotzdem nicht geschafft. Ja, ich war auch... Jeder hatte Food, nur ich nicht. Was ist das? Ja, ich glaube, die haben alle vom Start geglaubt, nur du nicht. Ich muss halt Rechan. Weil ich meine Mauszeiger nicht gesehen habe. Ah, ja, das hängt dazu. Die Falten nicht. Wir sind noch alle, ne? Sollen wir auch jetzt holen? Hey, wir waren Steinschut. Ja. Wir waren jetzt noch beim ersten... Also, es gab halt schon mehrere. Und so einen Re-Start ist das jetzt. Ja, einen Re-Start. Der erste Start war mega gut von uns. Ja, wir hatten so viel Essen, so viel Leder. Und Grems. Ja. Also auch nur zwei, aber wir werden eigentlich noch einen dritten gehört. Weil jetzt hier ausgelockt. Passiert aber nichts, da darf ich jetzt auch wieder mitmachen. Ist halt ein bisschen davon. Du musst Steins? Okay. Ja. Ich kann es extrem instant. Abgewinst. Okay. Ich will mal den Hasen. Ich hoffe, er gibt's gut. Ne, na, kann ich nicht hinfällen. Wir gehen aber nicht spawnen. Dort ging nach die Halle um 10 aus. Nein. Ja, ich hab schon gehört. Ich weiß nicht, ob ich essen soll. Ja. Mach euch. Ich will mal bei dir essen. Not First Blood. Oh, da ist dieser Typ, der gequittet ist. Wie heißt er? Hm? Wie heißt der Typ? Der gequittet ist? Ja, wie heißt er? Gequittet. Der ist auch gequittet. Ah, das ist ja der, wo voll mit mir im Loch war. Da vorne ist ein wenigstens Kühe. Ah, da hat ein Zuckerro. Ah ja, ein Zuckerrohr mit für die Kühe. Fünf Stück. Ah, hier ist noch eine Kühe. Das ist voll die Kühe. Nein, nein. 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 So eine Kutter. Nein, nein. Da links sind auch noch Kühe, die hole ich. Oder eine. aber ich dachte jetzt eigentlich dass wir keine ahnung locker angekommen werden oder so wenigstens auf die entfernung gewandt sind mehr klatschen habe ich nicht wieder auf einmal stehen die gleich vor mir zu zweit ich bin halt nach rechts gelaufen weil ich dachte die werden vielleicht abgeschweift zum sehen nach zuckerwort oder so und dann sehe ich dich auf einmal mit auf den feinen ich kann dir das ja später siehst du das ja auch in meiner aufnahme suche mich so ran ich sehe so wie du den gibt es aber dann jetzt soll man sich vielleicht nicht so doll drin ich habe 24 vielleicht ist mir gut ich habe zwölf und viele hatte ein paar eisen sachen haben wollen wir dann noch mal zum vorn gucken ich weiß ob es das lohnt er ist die vorher voll geschaffenen ja ich gehe nicht so viel creeper und hexen ich habe mir nur stein ich will ein bisschen holz ich will mir aber ich starte mal aber auch eigentlich ja der war sogar wirklich in Ordnung aber es kann immer noch schlecht sein meine favoriten sind tot also die ich hätte noch denken können so vom pvp skill wo ich es kenne kannst du mir ein stick und kannst du zwei sticks unterwerfen ja ich hab dir sogar vier runter geworfen ich hab zwei und drei schweiz vielleicht stoppt ja gleich ein apfel das wäre echt cool wenn wir eisen finden und dann vielleicht später noch jemanden sehen ich habe gerade durch die weg gesehen wollen wir eigentlich direkt wieder nach join war es dein körper ja ja hier sind zu viele hast du andere kälschen ich habe holz für dich ich habe schon mal beim steak sieg verfahren wenn du holz für mich hast du es ich dachte in der regel entstand dass man doch nur gg schreiben darf wie hast du gelesen ich hoffe den klatschen wird ja ich auch ich fude noch nicht fude erst bei vier zucker war mir fude dich immer direkt vor ich kenne es uns das geht ach wirklich gut ich würde dich immer voll in diesem c6 hg möchte ich auch gerne töten ich nehme mir mal richtig froh wie ob ich schlanker erfolge ich war nicht vom selben team ich war es für euch ab das war zu gehen ich fand ihr noch mit neu noch ja das war nicht mal weit weg das donnern ich habe es gar nicht gehört du hast es gar nicht gehört ich wollte es oder sei es ich bin ein bisschen weiter hinter dir wie viel essen hast du es gebraten gerade äh noch drei dieses also ich meine fleisch und 15 ach so ne warte nur gebraten ja nein das treib ich nur gebraten das ist 15 ich geb dir also ich sehe da fünf gebraten ok rip oh cool nehmen wir mit ich will irgendwie wen sehen aber auch dann natürlich oh ich hole die hier rechts du hole die oben wer wir haben halt so viel leder eigentlich müssten wir noch weiter zuckerrohr suchen ja wir können es nur verzauern wie viel zuckerrohr hast du ja nur sechs ja ich habe fünf dann hätten wir noch drei bücher oder ne nur noch zwei bücher ist ne workbench ich habe 28 15 umgebraten ist jetzt 13 l ich komme mal hoch pfeffer war meine ja hab mich aber nicht getroffen lag die halli ist tot ah ja mit xeno ach so du bräst dann tue ich mal meins auch da rein ja ich will es nicht warten bis wir das alles verraten haben ne aber 53 schon mal gut ja oder zumindest auf jeden fall besser ok anfangen wir jetzt noch würde ich mir wünschen ja wäre ganz nice thank you ich hoffe es ist kathleen aber glaube ich nicht wenn wir essen braten müssen es kein kathleen wie hä hast du das kathleen aufgesammelt ne ich habe den kathleen das ist einfach weiter in der höhlen jetzt so ich gebe dir mal die hälfte von dem ab wollte ich sterben ja du stirbst doch nicht du hast mich aber das ding ist wir wissen halt dass gegner jetzt bei uns waren ja 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 es kann auch gut sein dass wir die in der cave treffen wollen wollen wir einfach runter wollen oder in der cave suchen der cave ist schon cool ne ich gehe mal im f5 los ja die braten jetzt alle schon ja die werden halt alles da links der cave von dir ja hier aber rechts auch ja hier aber rechts auch ok man schaut euch wie besser ist ja meine geht runter so runter gehen tut meine auch ich gehe mal rein ich gehe mal rein ich gehe bei mir auch noch mal oben ein bisschen also meine wird halt runter gehen meine auch gehst du jetzt zu deiner ja ich bin da schon dran ja ok dann komm ich ja ich hoffe ich ne die hä was wo ist er da um 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 an warte ich mache mir jetzt erstmal ne nur zwei jetzt wollte ich eine ich finde es halt echt kacke dass das schief wenn wir die erst haben bis ich dir das finde ich auch ich bin auch nicht der kundzimmer die er sich nicht herrn ein wätschen der jahre habe ich jetzt einmal mehr dies als zugefunden ich bin mir schon diamanten aber die haben wir die nicht klatscht ich muss das sind aufnahmen ich habe ja noch das ist die name also das ist deine bei mir bist du nach rechts gegangen da kann ich schon angst sein ich würde sagen wir machen aber direkt wenn wir die erste folge ist bei einem schaffen sollen eigentlich nur so schlucht ich will mein kopf nämlich jetzt nicht öffnen das ist ja mein namen oder ich weiß nicht ob das das ist nicht weit zwei stück die sind voll nah siehst sie kommen die werden eh verleihung sein ich habe eine scheiß pose weil die sind schon länger unten schildern doch von braten sollen immer hinter dir wartet ist es in dir oder ein ich sehe ich mache ich nicht so weiter noch 30 sekunden müssen weg das ich hätte aber gerne geschaut was sie für items waren die waren länger als hier das heißt ja nicht dass sie geschmolzen haben ich weiß leider nicht wer das war äh c6 hg kannst du die sind gut die haben wir im revo geklatscht ex die kommen zu daher aber ich meine sie keine namen die haben einen ok ja dann was ist mit der folge ja am ende war ich nochmal angefangen ok dann noch einen schönen tag tschau bei 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 bei